Du bist? Buhan Kobani. Deine Aufgabe ist? Regie zu führen bei einem Film, der Berlin Alexanderplatz heißt. Der Film handelt von? Mein Film handelt von Francis, der nach Berlin kommt, nachdem er geflüchtet ist und versucht hier ein neues Leben anzufangen. Der Weg vom Rande hinein in die Gemeinschaft ist? Schmerzhaft, lang, vielleicht aussichtslos. Zufluchtsuchende brauchen? Den Glauben in sie. Zeitgenössisches Kino bedeutet? Den Finger in die Wunde zu stecken. Klischees lassen sich neu besetzen, indem? Klischees kann man verarbeiten, indem man vertieft die Figuren ernst nimmt und ihnen eine Stimme gibt. Nach dem Guten zu streben bedeutet? Gute Frage. Gute Frage. Besser sein zu wollen, als man heute ist. Auf rechte Kommentare antwortet sich am besten mit? Zuhören, nachdenken, Verständnis zeigen, aber nicht einverstanden sein. Pluralismus bedeutet? Einzusehen, dass die Welt nicht schwarz-weiß ist, dass sie nicht einfach ist, dass sie kompliziert und auch manchmal beängstigend ist und mit den Widersprüchen umgehen zu lernen. Was ich mir von meinem Publikum wünsche ist? Eine Offenheit im Herzen und dass sie den Film aus dem Kino mit sich nach draußen tragen und weiterdenken. Schon fertig? Ja, echt? Okay.